so meine lieben freunde herzlich willkommen zu einem neuen kurzen video zu einem installations video wir sind hier im ets wir sind auf meinem story profil ich bin auf der version 1.44 nein es gibt keine promos aber wir können trotzdem eine map combo basteln und zwar mit der vanilla map in verbindung mit verschiedenen anderen map mods genau das schauen wir uns heute an wir gehen vielleicht ganz kurz mal auf die weltkarte damit wir das etwas besser sehen ja was machen wir da so wir haben drinnen die rohex geht inzwischen schön runter schaut euch das an ankara die türkei ist mit dabei zu einem schönen teil wir haben die rusme mit dabei man kennt es ist ja nicht das erste mal dass wir jetzt die rusme fahren würden oder von mir aus die rohex beides für die version 1.44 und wie wir das machen das schauen wir uns jetzt kurz an und zwar wir gehen in den mod manager und oha weg ich beginne wie gesagt mit der rusmepp wir starten von ganz unten wir haben da die model 2 darüber die model also die model 1 sozusagen darüber setzen wir die map und darüber kommt die def dann gehen wir mit der rohex weiter die rohex ist relativ leicht zu installieren aus dem einfachen grund weil die ganz super toll von marias mit den fortlaufenden nummern praktisch versehen wird 1 2 3456 wir gehen es trotzdem ganz kurz durch die rohex media rohex es jetzt die model 2 die model 1 die prefab die def und darüber setze ich die rohex city names also die englischen city names und dann gibt es auch eine rohex rusmepp road connection eine verbindung zwischen der rohex und der rusmepp damit die straßen auch tatsächlich verbunden sind ja weil wir dabei sind vielleicht noch ganz kurz ganz kurz meine restlichen mods die ich aktuell in verwendung habe die immersive symbols den routed weiser habe ich in verwendung dashboard kommt jetzt raus das ist defekt das funktioniert in 1.44 nicht mehr dann haben wir hier den scan ja von fred die def darüber den example skin die animation der ist inzwischen privat damit das lenkrad sich bewegt oldschool wheels aus dem workshop der schulist dicker mod ist mit dabei wir haben den kögel cargo drinnen dieser super geile trailer vom dotec wheelspeck von 50k kennt man den true mirror code ganz ganz wichtig interieur addon vom voli supergeil sizzle mega pack ist sowieso ein muss keine frage wolf cube sind meine würfel die gibt es aktuell immer noch zur verlosung wie gesagt im zuge des 1000 abo specials kann man den noch haben wer den möchte einfach nachricht schicken facebook oder hier praktisch bei youtube die jj addons habe ich drinnen dann den traffic mod von jesse cat den panty truck traffic mod dann den scania sound von max schöne grüße max 27 12 immer wieder geile sounds und dann das kann ich das sport in der version 398 gibt es im scs forum weil eben dieser mod hier nicht mehr funktioniert abo beenden und tschüss so leute das war's in aller kürze eine kleine übersicht was momentan bei mir bei den maps so los ist mit den mods so los ist nichts großartiges aber trotzdem ich komme damit ganz gut zurecht vielen dank fürs zuschauen fürs dabei sein wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin alles gute tschüss und ihr hirme